Hallöchen! Heute, naja, spielen wir wieder. Roblox ist aber ein anderes Spiel. Ja, vielleicht kennst du schon welche. Ja, ich muss immer hier Geld abfahren. Hallo? Junge! Wo ist er? Ich bin auf der Amazon natürlich dummer. Jaaa, Freunde. Fuck. Fuck. Oh, ich 6.000 K. Ich bin mal drin. Ich habe die K look det. Ich bin das. Ich bin das. Das ist schweizgeist. Ich bin das. Ich bin das. Ich bin das. ich krieg schon richtig schnell cash hier ich könnte ja ganz viel tausend voll machen so oben hat er schon frei gemacht die macht schon mal was oder 13.000 3.000 Tausend? Kein Ding. Kein Ding. Was soll das? Schwierer zu schauen. Kommen. Was für Dinger? Ja. Sicher habe ich jetzt schon 30.000. Manni. Ich bin ja Manni. Ich warte jetzt bis die 100 Taube sind. Die 2K habe ich noch. Wo ist einer? Ich kann jetzt mal aufhören, denn nervt mich. Ich so. Warum kann ich die? Warum sind die unsterblich? igger, dass schon und die doof dazugegeben wird. was ich dann holen kann. Irgendwo einer. So hat alle drüber, ne? Wobei ist das teuer hier. Hier, Blotkar, hab ich da gleich. Jetzt hat die noch gewonnen. Kann ich auch schon ein bisschen abholen. Aber gleich, ich warte bis 100.000. Wird sie schon so landen? Oha. Oha. Jetzt hab ich sie gleich vorne. Die 2K kann ich für nichts ausheben. Oha. Oha. Die spart auch so wenig, oder was? Ja, da guckt sie, ne? Dass ich so viel Geld mir holen kann. Was ist so besonders, aber mit Geld? Ich hab ihn! Was war das? Was war das? Ich hab einfach geschlagen, geschlagen und zack. Ich dachte, ich sterbe. Und jetzt holen wir uns ... Ich hab' das mal so. Oh, immer muss man alles kaufen, ne? Lava nicht, dass ich mir... mir das genug, oder? Wie viel kriege ich denn immer? Oha! Schau mir doch mal Kohle! Bei mir ist es ein bisschen schnell, ich hab schon 161 km Ja Bei mir hat schon die 1 Mio. Geld erreicht Und manchmal das dann... Du hast geklössert Vielleicht den Kiln? Ja Ich will jetzt auch mal ein paar Leute killen. Boah einer hat schon 200 Kilo fast. Ich hab auch. Ich will Leute killen. Wenn ich schon mal mein Geld hab. Oha! 64.000. Ich auch schon schnell Geld. Aber ich krieg halt blitz schnell Geld. Wenn die das mal angucken hier. Das schmeckt auch mal ein bisschen Geld. Schmeckt schon. Ich glaub ich hab die meiste Kohle hier im Spiel. Ja das sieht schon so aus. Weil irgendjemand hat ja doch knapp. Ja. Einer hat 270 Kilo. Nicht dass man mich schlägt. Ich will zeigen dass ich's drauf hatte. Ja. Ich spare jetzt bis eine Million. Sonst krieg ich mir mal was an hier, wenn ich da jetzt, oh mein Gott, ich stehe hier drauf, ich dachte schon, ich werde wirklich spült, oh jetzt ist sie auch noch raus gegangen, mann, wir waren auch so gut, und dann geht sie einfach raus, aber ich werde jetzt bis eine Million sparen. Kommst du da hierher? Ja, hier kannst du durchgehen. Kommst du das einfach nicht? Geh jetzt bitte auf den Scheider rauf. Bitte! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.